Hallo Leute, Willkommen zu einer weiteren Folge Angespielt und zwar der Krieg der Zellen Kommt heute ein bisschen an Mushroom Wars Und Pipapo, die ganzen Spiele wie ihr sie kennt Und wir haben hier natürlich Zellen jetzt Achso, wir können die abschneiden Ja, ja, ja Gut, let's go Schneid ab die Dinger Ah ja, okay, es geht gar nicht, wir haben nicht genug Zellen dafür Dann nehmen wir uns erstmal die hier mit Okay, wir müssen warten, warten, warten Und so bei 5 Farben verschmilzt das im Miteinander Danke sehr Und die bekämpfen sich gegenseitig Ding, ding, ding Ja Ja Achso, ich muss das gar nicht abschneiden Manchmal muss ich es abschneiden, manchmal nicht Das ist echt komisch Und 2 1 3 Die regeneriert sich natürlich auch immer wieder die ganze Zeit Achso Wir müssen erst einmal Ja Uns werden Ähm Da wird Danke In die Richtung muss es hingehen Und jetzt saugen wir hier hintereinander Wie kann ich das schneller machen? Kann ich Zoom, 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 Zoom So jetzt natürlich schneller Alle auf einmal 3 Sterne Stage Nahe Schnitt Wenn du dir die Tataken leer an ihrem Verbindungspunkt abschneiden kannst du mit mehr Zellen angreifen Das weiß ich Interferter Schnitt Ja Zurück mal zurück deine Zellen Uff Na ja Ich mach das halt so Ich mach auch von beiden Seiten Mal gucken, wann er keine Zellen mehr hat Ich hab noch 4 Kann man auch mir sowas machen, damit wir ihn ein bisschen unterstützen Alles wunderbar Choo-Choo 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 Fui-Todim Gegenstand Zelle Injektion Etwas hat ein Verbindet mit 10 HP zu hören Oder ein Gegner anzugreifen Ja lass mal Ups Naja So Dann alles hierin und der wird mal ganz kurz den da aufmischen können wir auch abschneiden wir haben die ja noch an docken war an meine 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 gefällt das spiel jetzt nicht ja das hat man schon gehabt und dann nehmen wir mal die beiden die beiden führen mal bitte dahin und er drückt ihn auch zurück wunderbar dann haben wir ja schon gewonnen müssen wir nur noch warten die festbewerbe darum ist schon strange allein im schwirr bling 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 habe ich gemerkt mit dem habe ich gelernt mit dem schnitt hat das meine spannende dann kann man nicht aufrüsten im vergleich zu machen wo es deutlich schlechter oder kann ich aufrüsten an der schnitt hat noch oder hat holt sie aber ganz schön viel war meine fresse er saugt er saugt an ihm das sind die verbindungen die man aufrecht erhalten kann zwei stück maximal verstehe zell umwandeln umwandeln fand ich die zellen verbündeten ist ja auch fies so gehen wir da hinten hin zack zack meine die nehme ich auch ich bin ich bin mal so frei war du hast mal den anderen der macht dahin der macht dahin und die greifen den an unter den dann ja easy war das kann ich wahr sein ja dann hat beide sagen und dann so und so und so und die sind das ist das ja 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 das kennt ja auch schon mit der spielanleitung alles klar aber ich kann nicht lange nachdenken das habe ich recht eindeutig hätte man machen können gegen schneller brauchen wir nicht zwar hinten ist mauer auf der anderen seite der wand nicht möglich so dass meine einzelnen zellen sind absolut safe in die also hierhin packen das sind folgt weiß nicht genau ich glaube nicht egal ich glaube das macht gar nichts abschnippeln schnipp schnapp schnippel ab funktioniert da nicht aber wir haben dreien also wir haben zwangsweise wir sind einfach in der mehrzahl das ist einfach so natürlich noch abkarten dass das zeug hier eingeschmissen wird am ende sind wir in der mehrzahl deutlich ja exakt ich kenne hier natürlich dich ja noch machen habe ich die zeit gleich mit ja gut wird man ihm freuen ist das spiel es gibt sehr sehr viele missionen wir sind bei 1 und bei 5 3 6 9 12 15 21 21 24 27 30 150 alter keine ahnung tausende wahrscheinlich ihr seht unendlich eigentlich ja gut erkennt er noch eine stunde weiterspiel wahrscheinlich das ist auch der freundin mit krieg der zähne ist es wirklich unendlich lang wahrscheinlich es ist sogar wie mars zum beispiel fand ich tatsächlich besser auch dieses aufrüsten fand ich halt cool gab es ja leider bisher zumindest nicht alter ist locker schon tausend mission naja gut vielen dank fürs zu sehen bei dem freundes was wir zum angespiel zu krieg der zellen bis zum nächsten mal haut darin ciao ciao